Hallo, mein Name ist Rose. Ich weiß, das klingt vielleicht verrückt, aber ich bin nur 16 Jahre alt und Mutter von Achtlingen. Seit ich ein kleines Mädchen war, war es schon immer mein Traum, Mutter zu werden. Ich wollte zwei oder drei oder vielleicht vier Kinder haben, aber nicht alle auf einmal. Ich habe mit meinen Puppen gespielt und so getan, als wären es meine Babys und meine Traumhochzeit geplant, als ich etwas älter war. Mein Mann würde ein Mann sein, der meine Liebe zu Kindern teilt und er würde bald nach unserer Heirat welche haben wollen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich in so jungen Jahren so viele Kinder haben würde. Als ich 15 Jahre alt wurde, lernte ich Harry kennen. Er war der tollste Typ überhaupt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich war in der Schieliedermannschaft und er war der neue Junge in der Schule. Harry versuchte sich in der Fußballmannschaft und zu meinem Glück wurde er ausgewählt. Wir waren das heißeste Paar der Schule. Jeder wollte so sein wie wir beide. Wir gingen auf die coolsten Partys und hingen die ganze Zeit zusammen ab. Es war so toll. Das ging so lange, bis wir beschlossen, dass wir uns besser kennenlernen sollten. Viel besser. Als dumme Teenager ließen wir unsere Hormone das Beste aus uns herausholen. Also hatten wir ungeschützten Sex und dachten, dass schon nichts passieren würde. Zuerst merkte ich nichts, aber dann merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich bekam die Morgenübelkeit. Ich war ein schlankes Mädchen, aber schon hatte ich einen Babybauch. Ich hatte schreckliche Angst davor, es meinen Eltern zu sagen, aber als die Tage zu Wochen wurden, wurde mir klar, dass ich nicht mehr lange etwas verbergen kann. Ich fing an, schlapprige Kleidung zu tragen, aber schließlich beschloss ich, dass ich reinen Tisch machen musste. Also gestand ich meinen Eltern unter Tränen, dass ich mit ihnen reden müsste. Ich hätte es noch nicht einmal Harry gesagt. Meine Eltern waren so wütend auf mich. Sie schrien und schimpften mich stundenlang an, aber sie drohten nie damit, mich rauszuschmeißen. Sie würden für mich da sein, aber sie würden es mir auch nicht leicht machen. Sie sagten, ich muss Verantwortung lernen. Also riefen sie Harrys Eltern an und da erfuhr er davon. Er flippte wirklich aus, aber nach ein paar Tagen wollte er seinen Mann stehen. Harry kam zu mir nach Hause und sagte mir, er würde bei jedem Schritt für mich und unser Baby da sein. Er erzählte mir auch, dass seine Eltern wütend waren, aber sich weigerten, ihn in der Verantwortung entziehen zu lassen. Ich war unglaublich erleichtert, dass sowohl meine Mutter als auch mein Vater und die Eltern von Harry uns nicht einfach den Rücken gekehrt haben. Also brachte mich meine Mutter zu meinem ersten Frauenarzttermin und Harry kam auch mit. Sie war froh, dass sie wenigstens so verantwortungsbewusst verhielt, aber es war klar, dass sie immer noch sehr sauer auf uns beide war. Natürlich dachten wir alle, es würde nur ein Baby werden, aber wenn mein Bauch im ersten Trimester größer war als erwartet. Der Arzt stellte zuerst ein paar Fragen, aber bald war es Zeit für die Ultraschalluntersuchung. Und dann kam die Überraschung zum Vorschein. Ich erwartete wirklich nicht nur ein einziges Baby, nicht mal Zwillinge oder Drillinge. Ich hatte acht Babys in meinem Bauch, könnt ihr das glauben? Natürlich bin ich total ausgeflippt. Ich konnte mit diesen vielen Kindern nicht umgehen, nicht einmal mit der Unterstützung meiner Eltern und meines Freundes. Ich habe stundenlang geweint und obwohl meine Mutter offensichtlich auch besorgt war, verstand sie, dass das nicht der richtige Zeitpunkt war, mich weiter anzuschimpfen. Sie unterhielt sich geduldig mit mir und ließ mich wissen, dass ich mich nicht allein um all diese Kinder kümmern muss. Die Schwangerschaft war eine Risikoschwangerschaft, da ich so viele Babys hatte, die zur gleichen Zeit in meiner Gebärmutter wuchsen. Obwohl ich also zunächst wieder zur Schule gehen durfte, wurde mir von meinen Ärzten gesagt, dass ich nach dem sechsten Monat zu Hause bleiben und mich schonen müsse. Mama und Papa beschlossen, dass ich von da an zu Hause unterrichtet werden würde, da es selbst nach der Geburt der Babys fast unmöglich für mich sein würde, wieder zur Schule zurückzukehren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Harry bereits einen Halbtagsjob und er kam zu jedem einzelnen Arzttermin. Ich wurde so monströs, dass ich im siebten Monat meiner Schwangerschaft kaum noch laufen konnte. Der Arzt erklärte mir, dass ich einen Kaiserschnitt brauchen würde, da es keine Möglichkeit gäbe, alle Babys durch eine natürliche Geburt überleben würden. Ich hätte eine solche Angst, aber da wusste ich schon, dass ich immer die Unterstützung von Harry und meinen Eltern und meinen Schwiegereltern haben würde. Die Babys wurden vor sechs Monaten geboren. Ich bekomme wenig Schlaf, ehrlich gesagt, aber ich war noch nie glücklicher. Es sind drei Mädchen und fünf Jungen, die zwar einige Wochen auf der Neo-Intensivstation verbringen mussten, aber nur zur Vorsicht, da sie so klein war, da sie früh geboren wurden. Der Arzt erklärte, dass das normal ist, da sie nicht genug Platz hätten, um wie normale Babys im Mutterleib zu wachsen. Jetzt sind sie gesund und wunderschön. Beide Großelternpaare helfen Harry und mir, unsere acht wunderbaren Babys aufzuziehen. Wir haben im Haus meiner Eltern ein Kinderzimmer eingerichtet. Um Platz dafür zu schaffen, mussten wir zwei Räume in einen einzigen verwandeln und die Wand einreißen. Außerdem stellten wir ein Kindermädchen ein. Wir wollten aufs College gehen und tolle Jobs bekommen, um all unsere acht Kinder zu unterstützen. Wir sind so dankbar für die Hilfe, die wir erhalten haben. Harry hat das Richtige getan und mich gebeten, ihn zu heiraten. Aber wir haben beschlossen, dass wir warten werden, bis wir 18 sind. Unsere Achtklässler werden so süß aussehen als Ringträger und Blumenmädchen. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren und weitere Geschichten zu sehen.